Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. In dieser Woche starten tatsächlich ein paar Filme mit etwas größerem Budget in den Kinos, unter anderem auch Out of Play. Hier sehen wir Ben Affleck in der Hauptrolle, der ja in den letzten Jahren auch durchaus auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er alkoholsüchtig gewesen ist. Ich weiß nicht genau, wie der aktuelle Stand ist. Ich hoffe, dass er da durchaus eben auf einem aufsteigenden Ast ist. Ihr könnt in dem Fallst du, Dom und mir dabei lauschen, wie wir eben Out of Play besprechen. Ein Film, der jetzt in die Kinos kommt und bereits seit einiger Zeit auch bei dem US-Tour von iTunes zum Beispiel zu bekommen ist. Also es ist hier quasi ein Nachzügler. Viel Spaß bei unserer Besprechung. Im Anschluss gibt es ein Doppel zu Sword of God. Das ist ein Film, der sieht aus wie Mittelalter und auch ein bisschen krass. Kein Plan, aber der kommt bei einem sehr interessanten Verleih, nämlich bei Dropout Cinema. Die bringen eigentlich im Regelfall ziemlich interessante Filme zumindest. Und was genau wir davon halten, könnt ihr am besten hören, wenn ihr Sam und Marco lauscht. Die beiden haben sich den Pressescreener für uns gegeben. Ja, und dafür eine Besprechung für euch aufgenommen. Zu guter Letzt dann noch ein Film, der zu keiner besseren Zeit hätte kommen können. Er hat einen recht langen Titel. What you gonna do when the world's on fire? Und hier geht es, glaube ich, um Rassismus. Ein Film, der von Paul und Sven besprochen worden ist. Ja, und wie gesagt, dieser Film könnte zu keinem besseren Zeitpunkt in die Kinos kommen als jetzt. Ich wünsche euch übrigens viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich sehr auf euer Feedback. Das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns noch bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, auch den unseren und das wäre voll toll. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Out of Play. Der Weg zurück, der ins deutsche Kino kommt am 23.07.2020. Und wenn ihr Glück habt, dann findet ihr sogar ein Kino, das bereits geöffnet hat und euch sogar auch noch ein Ticket verkauft. Einen Film, den ich nicht allein besprechen kann. Ich bin der Team-Captain, das zähle Stammtisch. Ich habe mir heute zwei Mitspieler mit ins Boot geholt, unter anderem auf der Position des Power Forward. Der Stu, Moinsen. Hallo. Und ebenfalls mit dabei der Shooting Guard Dom. Hi. Foul. Hi. Super, damit haben wir alle, jetzt müssen wir noch sagen, dass es das Wort werfen gibt und Rebounds gibt. Und dann haben wir alles gesagt, was wir vom Basketball wahrscheinlich nicht wissen, oder hast du? Ich kenne noch Dreier, Sternschritt, äh, äh. Dreier kenne ich auch. Äh, 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 so. Fertig. Ist nicht jugendfrei hier. Ja. Voll gut. Out of Play, der Weg zurück. Das steht irgendwie auch stellvertretend, glaube ich, für seinen Protagonisten, der auch im echten Leben irgendwie eine Form von Weg zurück einschlägt. Gerade spätestens mit dem Snyder Cut, liebe Grüße an den Werner, ist das ein Mensch, den wir auf jeden Fall ein bisschen besprechen müssen, nämlich der Ben Affleck. Und wer von euch beiden Hübschen ist, haben wir vorher nicht abgesprochen, das ist dann mega professionell. Mag denn mal die Handlung von Out of Play kurz zusammenfassen? Äh, kann ich schnell machen, ähm. Also, ähm, es geht um Jack Cunningham, gespielt von Ben Affleck, ein Alkoholiker. Wir erfahren zu Beginn nicht, warum er Alkoholiker ist, aber es gibt da etwas in seinem Leben, was passiert ist in der Vergangenheit, was ihn schwer zu schaffen macht. Und er war mal ein, ja, kein Basketballstar, aber er hätte es schaffen können und bekommt dann als Angebot, eine Jugendmannschaft zu trainieren, die ihre besten Zeiten lang, länger, längst hinter sich, äh, nochmal, die ihre besten Zeiten hinter sich hat. Auch falsch. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und, und, äh, Jacks, äh, nimmt diesen Trainerposten an. Hat er Bock darauf? Nö. Aber er macht's halt und dann passiert halt das, was man erwartet, nämlich Jack kämpft mit dem Alkoholismus, wächst über sich hinaus und es gibt da ein paar Probleme. Und, ob am Ende der finale Dreier im Korb landet, das müsst ihr euch dann selbst angucken. Ja, in Zeitlupe. Sag mal, Dom, da hab ich gleich zu Beginn irgendwie mal irgendwo gelesen oder gehört, dass das ja auch so ein Film ist, der tatsächlich auch ein Versuch Ben Affleck's ist nach seiner, keine Ahnung, wie viel denn Reha jetzt, also quasi Erzug vom Alkoholismus, der nämlich auch im echten Leben ein großes Thema für Ben Affleck spielt, sollte dieser Film auch tatsächlich so eine Art Wiedereinstieg ins Schauspiel-Business sein. Hast du noch irgendwelche Details dazu? So weit eigentlich jetzt nicht, nee. Da ist vielleicht du eher die Anlaufstelle. Man könnte erwähnen, Regie führte Gavin O'Connor, der hat halt mit Ben Affleck den sehr unterschätzten Recountant gemacht. Recountant ist ein Thriller, den ich immer so als Genre-Pouty wahrgenommen habe, ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, sei dahingestellt. Und Out of Play wirkt schon so ein bisschen wie der Film, mit dem Ben Affleck zurückkehren möchte als Darsteller. Der war ja wirklich, hatte eine Alkoholkrankheit, hat damit lange gekämpft und war halt in den letzten Jahren hauptsächlich dafür bekannt, dass er halt eben Batman war. Auch wenn das, glaube ich, nur in zwei großen Filmen gespielt hat und einmal in Suicide Squad für zwei Minuten über die Leitwand wedeln durfte mit seinem Batcave. Aber er war halt einfach Batman. Ja, und ich glaube, mit Out of Play möchte er sich nochmal sich und den anderen beweisen, Leute, ich bin ein Darsteller, ich kann mehr als nur Batman sein. Und so viel will ich schon mal sagen, hat er geschafft. Durchaus, man kann schon behaupten, dass das irgendwie, also er trägt den Film letztlich. Na klar, er ist der Protagonist, er ist nicht ohne Grund mitten auf dem Poster eigentlich, er ist das Poster. Aber es ist halt schon, also er trägt den Film. Ich kann mir auch im Nachhinein, wird es keinen geben, über den ich großartig was über den Film sagen kann, außer ihn, ne? Ja, das ist, glaube ich, so Segen und Fluch zugleich bei dem Film, ne? Also der Originaltitel The Way Back, ja gut, der wäre vielleicht ein bisschen langweilig gewesen in Deutschland. Der wickt zurück, da muss er Out of Play rausmachen, weil er irgendwie auch ein Sportdrama das Ganze auch ist. Aber ich hab den Eindruck, dass da sehr, sehr viel schon von Ben Affleck drinsteckt. Und ich muss sagen, ich betrachte, also das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich betrachte diesen Film tatsächlich eher als Metafilm als als wirklichen Spielfilm. Beziehungsweise er hat für mich dadurch mehr Reiz, weil während diese ganzen Vorgänge eben mit Alkoholismus und so weiter, die man locker auf Ben Affleck übertragen kann, während das sehr interessant ist, ist der Rest des Films leider sehr standardisiert aus meiner Sicht. Ja, also den Film kann man, glaube ich, mit einem Wort beschreiben, das Wort lautet gewöhnlich. Das ist ein Sportdrama, wie es hunderte bereits gibt. Es ist kein schlechter Film, aber ich sehe es wie Dominik, das ist ein Ben Affleck-Film. Der Film lebt von Ben Affleck, der atmet Ben Affleck, er ist das verfickte Poster nochmal, ja? Ja. Und der macht seinen Job wirklich großartig. Wenn Ben Affleck nicht wäre, ich glaube, ich hätte den Film nach einer halben Stunde gesagt, okay, du wisst ja was, Leute, ich bin weg, tschüss. Ich weiß, wie es enden wird, ich weiß, was ihr mir erzählen wollt. Ich weiß, welche Hürden ihr meistern müsst. Aber es ist halt wirklich Ben Affleck, Punkt. Ja, da muss man auch sagen, das macht den Film schon dann irgendwo sehenswert. Also, dass er diese Rolle angenommen hat, das zeigt er irgendwie auch. Also, der Mann, der ist ja eigentlich, ist ja immer sehr offen eigentlich umgegangen mit seinen Alkoholproblemen und seinen Reha-Aufenthalten. Also, da geht er ja offen hausieren mit und das unterstreicht dieser Film auch nochmal. Und es gehört, glaube ich, schon was dazu. So auch einen Teil seiner selbst zu spielen. Und man muss sagen, dieser Aspekt hat aus Ben Affleck, also, der ist grundsätzlich ein guter Schauspieler, auch wenn er sich einige Fehltritte erlaubt hat in seiner Karriere. Aber man muss sagen, das hier ist schon eine wirklich bockstarke Leistung von ihm. Wobei, es gibt eine Sache, die hat mich wirklich enttäuscht. Wir haben ja schon gesagt, dieser Film ist gewöhnlich. Und der Gavin O'Connor hat in seiner Filmbiete einen Film stehen, der relativ, also, den könnte man auch als gewöhnlich beschreiben, nämlich Warrior. Ja, auch ein Sportdrama. Da geht es halt um so eine Brüder-Rivalität. Die Brüder wurden gespielt von Tom Hardy und Joel Edgerton. Und der Film ist auch eigentlich gewöhnlich, aber der hat so eine emotionale Kraft dahinter, dass der Film mich jedes Mal abholt, dass ich ihn einfach nur großartig finde. Und normalerweise bin ich dafür nicht so anfällig. Deswegen hatte ich wirklich große Hoffnungen für Out of Play. Ich dachte mir, okay, Ben Affleck verarbeitet mit dem Film seine eigenen Erfahrungen mit dem Alkoholismus und der Gavin O'Connor macht dann wieder so einen richtigen emotionalen Impact draus. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, was mit Gavin O'Connor los war, aber wenn Ben Affleck nicht gewesen wäre, wie ich schon gesagt habe, hätte der Film mich komplett verloren. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das ein Kurzschlussfilm war oder so ein Film, der halt noch irgendwo, oder ein Drehbuch, was auch auf Halde lag, weil der Gavin O'Connor ja in den letzten Jahren für zig Projekte irgendwie vorgesehen war. Das war von Warner immer der Guy, der geholt wurde, wenn man gerade ein Projekt hatte, was groß war und keiner wollte es drehen. Der war zum Beispiel auch lange Zeit für Suicide Squad 2 und dann Suicide Squad Reboot im Gespräch und all solche Sachen. Und vielleicht war es wirklich so, dass Gavin O'Connor sich gesagt hat, ey Leute, ich will jetzt mal einen Film drehen, was habt ihr für mich? Ja, ich muss mal wieder einkaufen gehen. Ja, also so wirkt das so ein bisschen. Der Film ist, technisch ist der einwandfrei, gar keine Frage. Auch die anderen Darsteller geben sich keine Blöße und werden auch, fand ich jetzt nicht erdrückt, von der Performance von Ben Affleck. Nee. Aber ganz ehrlich, Warrior ist so viel kraftvoller als Out of Play, wirklich. Und da war ich halt wirklich enttäuscht, weil es ist natürlich auch ein bisschen Selbstmann der Schuld, weil ich so eine gewisse Erwartungshaltung hatte. Aber bei Warrior war ich so oft kurz vor den Tränen und da gab es so viele tolle Szenen. Und bei Out of Play kann man es halt wirklich reduzieren auf Ben Affleck. Ja, ich weiß auch nicht, warum es mich emotional dann auch teilweise nicht so erreicht hat. Vielleicht liegt es auch daran, das hatte ich zu Andi auch schon im Vorgespräch gemeint. Und ich bin nicht, ich habe das hier nochmal gemerkt, ich kann mit Sportfilmen einfach nicht so viel anfangen. Und da werden dann auch letzten Endes die wirklich x-fach gesehenen Klischees ja aneinandergereiht. Und diese Spielszenen, die sind einfach an mir vorbeigegangen, bis auf die Szenen in Zeitlupe, die ich teilweise vom Pathos her teilweise so schon schwer erträglich fand. Also ich muss dazu sagen, ich bin da für anfällig. Aber das war halt dann auch so, keine Ahnung, auch die Musik ist dann halt wirklich pure Gefühlsklaviatur. Generell der ganze Film ist voll mit einem wirklich gefälligen Klavier- oder Pianoscore. Den kenne ich jetzt nicht, den Komponisten, aber das fand ich leider dann echt. Weil man muss sagen, der Film, der gibt sich eigentlich Mühe, nicht so ein typisches Hollywood-Drama zu sein. Der will eigentlich ungeschminkt sein, so von seiner Erzählweise her und so weiter. Aber die Inszenierung, die kommt dem dann dazwischen, finde ich. Das ist das Problem tatsächlich, weil es gab in der Inszenierung innerhalb der Geschichte wirklich so ein paar Momente, wo ich mir dachte, ey, wenn man jetzt so ein typisches Sport-Drama-Trinkspiel machen würde, würde man da echt viele Shots tricken müssen. Also natürlich gibt es diese eine Szene, wo dieser eine total talentierte Spieler zu spät kommt und einmal total respektlos ist und dann natürlich das Team verlassen muss. Und dann erfährt man die Wahrheit, warum dieser Spieler so komisch ist. Und dann wird er wieder ins Team aufgenommen. Das habe ich halt wirklich schon so oft gesehen. Und ich habe an und führe sich nichts gegen Sport, Film oder Sport-Dramen. Aber da müssen sie halt ein bisschen mehr bieten. Und ich wiederhole mich jetzt zum nächsten Mal, aber der Film hat halt nur eine Sache, und das ist Ben Affleck. Und das ist dann letztlich dann doch zu wenig, um mich komplett zu überzeugen. Ich stimme euch schon zu bei der Geschichte, dass da jetzt nicht unbedingt was Neues erzählt wird oder dass es halt eben mega generisch ist. Aber gerade insbesondere diese Begründung, also quasi was passiert ist in seinem Leben, dass ihn dann diese Abwärtsspirale fallen lassen, das hat mich schon erwischt. Also das fand ich, das war sicherlich nichts Neues, aber es hat mich auf jeden Fall erwischt. Und ich fand auch die Darstellung des Alkoholismus absolut glaubhaft. So habe ich die in meinem Umfeld auch kennengelernt. Und da wusste Ben natürlich auch genau, was er spielen muss, das ist klar. Aber das, also keine Ahnung, 20 Dosen Bier am Abend so, das ist dann irgendwie morgens sich unter die Dusche quälen und dann ballert sein. Und letztlich einsam in der Kneipe starten und mit besten Freunden lachend aus der Kneipe raus und so. Das sind genau diese Schicksale, die Alkoholiker dann halt haben. Und das fand ich schon gut. Das ist halt auch mal, also so ist es halt. Er hat auch starke Momente im Zusammenspiel mit dem Team oder halt bei irgendwelchen Spielen. Wobei ich sagen muss, da kam mir sehr oft J.K. Simmons in Whiplash in den Sinnen. So halt dieser Drill, ne, den er dann auch so ein bisschen ausstrahlt. Also er wird dann ja auch jedes Mal irgendwie beiseite genommen, wenn er irgendwie zu viel Schimpfwörter in den Mund genommen hat. Das muss man auch sagen. Da ist der Film, also ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber für mich ist das ein unglaublich amerikanischer Film. Also allein schon, dass er eben dadurch Erlösung oder halt einen Anstoß in seinem Leben findet, dass er von einem, einem, ich glaube, baptistisch geführten Basketball-Team wieder irgendwie ins Leben zurückgeführt wird. Ne, also letztendlich, also das war jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie religiös-pathetisch in Szene gesetzt, aber da waren halt so Untertöne, die waren wirklich so uramerikanisch aus meiner Sicht. Also ich hab dieses Amerikanische gehört für mich für solche Sportrahmen dazu, gerade wenn es halt um so Sportarten geht, die so auch für mich amerikanisch konnotiert sind, wie halt jetzt eben Basketball. Ja, amerikanischer geht's, glaube ich, nicht. Baseball. Football, Baseball und so würde mir noch einfallen. Oder Lacrosse. Warum gibt es eigentlich keinen Wasserball-Sportdrama? Ja, mit Ben Affleck, ne? Genau, Out of Aqua. Aber es gibt doch hier diesen Völkerball, Dodgeball. Stimmt, voll auf die Nüsse. Ich glaube, da müssten wir dem Andi nochmal erklären, was Sportdrama und was Sportmögliche ist. Aber wenn er dann den Ball auf die Eier kriegt, das hat mir schon leid. Naja. Ja, was soll man noch sagen? Also von der Inszenierung her finde ich den Film ehrlich gesagt schon uninteressant. Also der ist durchweg kompetent gemacht, aber einfach völlig uninteressant. Und in manchen Szenen, wie gesagt, Stichwort Zeitlupen, treibt das mir zu bunt. Aber er ist, das kann man auch nochmal sagen, er ist schon irgendwo dann ganz sehenswert wegen Ben Affleck. Aber auch wirklich nur wegen Ben Affleck. Ausschließlich. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was man zu sagen hat. Ich würde gerne das, was Dominik jetzt gesagt hat, einfach nehmen und für mein Fazit benutzen. Danke. Copyright. Ja, prima, dann kommen wir doch gleich genau zu diesem Fazit. Ich würde mich da jetzt auf keinen Fall vordrängeln. Und deswegen unbedingt, damit du was sagen kannst, dein Fazit erstmal jetzt gönnen. Okay, mein Fazit, spul zehn Sekunden zurück, da hat es Dominik gesagt, ich gebe 2,5 Punkte. Wow. Clever, ne? Poetisch. Danke. Ja, und Dom, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin da zwischen 2, 5 und 3 irgendwo. Also man kann sich den schon angucken. Der ist allein schon wegen der Performance von Ben Affleck, kann man sich den ansehen. Es ist eine wirklich, wirklich, wirklich starke Performance von ihm, die einen besseren Film verdient hätte, könnte man sagen. Das ist so ein bisschen wie bei, also wenn der jetzt zum Beispiel irgendwie nächstes Jahr Nominierungen kriegen sollte, dann wäre das so ein bisschen so wie bei Die eiserne Lady mit Meryl Streep damals. Da hieß es auch immer wieder, der Film drumherum kann nicht mit ihrer Performance mithalten. Und so ist es bei diesem Jahr auch. Das ist so mein Schlusswort dazu. Ja, bei diesen drei, keine Ahnung, Basketballen von 5 schließe ich mich grundsätzlich voll an. Das ist ein Film, keine Ahnung, der ist halt nicht schlecht. Es ist, glaube ich, was für Ben Affleck-Fans und ich bin ganz überrascht, wenn ich mir diese IMDb-Fotos angucke, dass der ja tätowiert war. Ist der auch im echten Leben tätowiert? Ich glaube nicht, aber... Keine Ahnung, musst du Anna der Amas fragen. Ich habe ihn bislang nur angezogen gesehen. Ich bin ja auch im tiefsten Herzen auch weiterhin, egal was da passiert ist, absoluter DC-Fan. Und ich freue mich ja tierisch auf alle Filme. Also ich schwimme da so ein bisschen auf einer Welle mit dem Werner und wir haben da auch einiges Großes vor, noch keine Sorge. Und ich persönlich bin sehr gespannt zu sehen, was Ben Affleck hier in den nächsten Jahren noch abliefern wird. Und habe auch die Hoffnung, dass er so schnell nicht mehr von seiner Ex-Frau Jennifer Garner aus einer Entzugsklinik abgeholt werden muss. Das wäre total toll. Jo, vielen Dank. Jungs, ich weiß nicht so genau, ob ich jetzt eher Bock habe, euch eine Runde Basketball zu spielen oder einzuheben. Doch, das weiß ich ziemlich genau. Einheben, einheben. Ja, ist eigentlich schon. Beides gleichzeitig. Vielleicht an der Bar sitzen und mit so einem Mini-Fußball mit den Fingern... Pass auf, wir machen es so. Pass auf, wir fahren den Dominik zum Basketballplatz, da kann er ein paar Körbe werfen und in der Zeit gehen wir einen Trick, Andi. Wir setzen uns im Kasten Bier einfach daneben und gucken ihm zu. Genau. Toll, toll. Alles klar, Jungs. War schön, lass es krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen mal wieder beim Tele-Stammtisch. Ich habe heute mir den Marco rangezogen. Hallo Marco. Hallo. Und wir haben uns den Film Sword of God, der letzte Kreuzzug, rangezogen. Der Film erscheint am 23. Juli 2020, geht ungefähr eine Stunde 40 Minuten und ist von Bartosz Grunopka. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Boah. Mit Christoph Pitschnicki, Karol Bernacki und Viktoria Gorodekka. Und der ganze Film wurde hergestellt in Belgien-Polen. Also daher auch die polnischen bzw. belgischen Namen. Eine Freigabe, Altersfreigabe habe ich jetzt nicht, aber ich schätze, dass der so ab 16 ist, würde ich mal so grob einschätzen. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Vom Inhalt her, genau. Und um was es geht, würde ich einfach mal sagen, Marco, schieß los. Um was geht's? Genau, wir befinden uns im frühen Mittelalter und im Auftrag des Königs suchen sozusagen zwei Ritter einen heidnischen Stamm auf einer abgelegenen Insel auf und möchten ihnen den christlichen Glauben näher bringen, sozusagen sind auf einer christlichen Mission und preilen im Prinzip zwei Kulturen aufeinander. Richtig. Also es geht's, sagen wir es mal, wir fangen mal von vorne an. Und zwar hatte ich, als ich den Titel vom Film gelesen hatte, Sword of God, der letzte Kreuzzug, eine ganz andere Interpretation reingelegt in den Titel. Ich dachte eher, das wird sowas wie Königreich der Himmel, weißt du, so von Ritter, Kreuzzug, klar mit Gott und so, aber dass es dann so speziell mit dem christlichen Glauben zu tun hat, bin ich überhaupt nicht oder habe ich gar nicht so assistiert. Wie fandest du das? Ich bin auch ein bisschen mit einer anderen Herangehensweise da rangegangen. Ich habe auch gedacht, ich mir, also ich erwarte irgendwie blutige Schlachten und ein episches Gemetzel, aber das war es nicht. War aber erstmal nicht so schlimm, aber ich habe mir auch durchaus was anderes vorgestellt, das ist richtig, ja. Vor allem, weil ich hatte den Trailer nicht gesehen, das mache ich nämlich eigentlich immer so, weil ich möchte mir nicht vorab was wegnehmen, sondern ich habe nur das Filmposter gesehen und das Filmposter, das sieht man halt in alten Herren. Man sieht von den Machern von Valhalla Rising, wo ich schon dachte, okay, Valhalla Rising war ein richtig guter Film und man sieht im Hintergrund eine brennende Kirche und er steht halt da mit einem riesen Schwert am Schaft, am Gürtel, nicht am Schaft. Und da dachte ich, oh, das könnte was ganz Gutes werden und ja, sagen wir mal so, es war interessant. Ja, genau, so wie du sagst, es war interessant, es war interessant, man die Geschichte irgendwie ein bisschen vielleicht auch nachvollziehen zu können oder wie das so ein bisschen ablief, auch gerade mit dem heidnischen Glauben, wenn das dann tatsächlich so war, das war wirklich sehr speziell so anzusehen. Der Schamane packt sich da so eine dicke Schlammmaske auf. Lehm oder Schlamm, so irgendwas war das genau. Genau und generell so dieses, ja, das ist ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl dann dort gewesen und ja, es war sehr speziell, die Geschichte. Ich fand es, wie gesagt, nicht ganz uninteressant, aber ja, wenn man halt mit einer anderen Herangehensweise da an den Film geht, dann kann es doch ein bisschen langweilig wirken. Wenn man was, wenn man was anderes erwartet, richtig. Ja, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob jetzt mein, mein Zeitpunkt, wo ich den Film gesehen hatte, ob der damit eine Rolle hatte, weil ich hatte Frühschicht, ich hatte, musste sehr früh raus, das hatte ich ja im Vorgespräch erzählt gehabt, dass ich sehr früh raus muss, kam dann nach, nach Überstunden, also ich war zehn Stunden im Geschäft, nach Hause und hab mir den Film angeguckt. Und jetzt weiß ich nicht, ob da die Müdigkeit da mitgespielt hatte, dass ich den Film recht langatmig fand und ein bisschen langweilig oder ob das wirklich an dem Film lag. Deswegen würde ich jetzt dich gerne fragen, wie hattest du das empfunden? Hattest du das auch sehr langatmig und langweilig empfunden oder war das wirklich meine Müdigkeit? Nee, es hat sich schon ganz schön gezogen, muss man ehrlich sagen, weil es halt tatsächlich jetzt auch nicht viele Dialoge hatte. Also es war wirklich viel einfach ruhig inszeniert und die Bilder sollten wirken. Also das fand ich, hat es auch gut gemacht. Also die Bilder waren wirklich meiner Meinung nach sehr impulsant. Also es war sehr ausdrucksstark, es waren klare Bilder. Es war grundsätzlich stark durchinszeniert und die Bilder waren fantastisch so. Das will ich dem Film gar nicht angreifen, aber halt die Geschichte so, das war doch ein wenig langweilig. Und zum Ende hin, so die letzten fünf Minuten, da haben sie die Spannungskurve nochmal hochgezogen, aber das reichte dann irgendwo nicht. Ja, sehe ich eh nicht, weil ich fand die Bilder auch sehr entspannt, sage ich mal, diese Landschaftsbilder, diese nebliche oder auch wenn sie im Wald rumgeirrt sind, dann hat es schon sowas bisschen Mystisches gehabt. Und unsere Mann, die Stimmung allgemein war nicht schlecht, aber es hat meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Spannung erzeugt. So von dem Ganzen, auch mit dieser Religion von den Heiden und so, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgang erwartet. Die haben ja diese Rituale, wie mit diesem Feuer und so. So, das war dann schon wieder interessant, aber die Zwischensachen fand ich so recht langweilig. Ja. Also du kannst auch gern, wenn du das anders siehst, auch mich vom anderen Gegenteil überzeugen. Aber ich sage ja so, wie ich es jetzt empfinde. Nö, alles gut. Ich fand es auch halt grundsätzlich langweilig. Für mich war wirklich das, wo ich gesagt habe, was ich wirklich stark fand, war einfach die Bildsprache des Ganzen. Das habe ich so noch nicht gesehen und das war wirklich impulsant. Also es hat mir sehr gut gefallen. Auch generell, ich glaube, da ist nicht so viel gespoilert, wenn man jetzt sagt, dass sich einer der Ritter nachher auch ein Schweigegelübde sozusagen aufgelegt hat. Und das war, also es sah auch schon sehr gut aus. Also es war handwerklich vom Regisseur, war das durchaus stark gemacht. Also wer Bock hat auf einen richtig gut inszenierten Film, der kann sich den wirklich sehr gut angucken. Er darf halt bloß nicht eine gute Geschichte erwarten oder eine spannende Geschichte. Also gut war die Geschichte vielleicht auch, aber sie war halt einfach nicht spannend. Also man schweift da auch gut ab, glaube ich. Also das ist so ein Film, da guckt man dann trotzdem aufs Handy und ... Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich habe mich nämlich auch erwischt, wie ich zwei, dreimal aufs Handy geguckt habe, weil doch sehr langatmig das Ganze passiert ist. Ich weiß auch natürlich nicht, wie viel Budget der Film hatte, aber ich vermute mal, dass er nicht so viel hatte, hat er schon sehr schöne Bilder und auch Maske. Gerade diese zu ... Also es ist ja kein Spoiler, wenn ich das sage. Der hat sich ja den Mund zugenäht. Oder ist das doch ein Spoiler? Ist ja gar nicht. Und das war schon gut gemacht. Das hat schon echt gut ausgesehen. Aber mir hat so ein bisschen der Elan so ein bisschen Dings gefehlt. Ja. Sicher auch so, oder? Bisschen in der Story so ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Pepp so rein. Dann wäre das richtig, also für mein Empfinden her, ein richtiges Brett geworden. Also da hätte man wirklich einen richtig geilen Film draus machen können, wenn die Geschichte halt ein bisschen spannender erzählt werden könnte. Ja, richtig. Und ich lese auch gerade, dass der Padoš Konopka, der, also der, wo diesen Film gemacht hat, wohl mal Oscar nominiert war. Von daher finde ich es sehr wunderlich, dass der Film so jetzt langatmig ist oder langweilig. Naja. Wobei das auch nicht unbedingt was heißen muss. Ja, klar. Auch Oscar nominiert können sehr langatmig sein. Das ist wahr. Hast du noch einen Punkt, wo du gerne ansprechen würdest? So, was dir jetzt noch spontan einfällt. Ansonsten würde ich nämlich zur Bewertung kommen. Können wir gerne. Endfazit. Ja. Okay. Dann hätte ich gern von dir sowas wie ein Endfazit. Und dann würde ich sagen, vergeben wir fünf Kreuzanhänger. Okay. Also darfst du vergeben. Ich habe drei von fünf Kreuzanhänger vergeben, einfach weil mich die Bilder wirklich sehr fasziniert haben. Die waren sehr ausdrucksstark, sehr klar. Es war alles strikt und sauber durchinszeniert. Also das, diese Regiearbeit war wirklich großartig so. Mhm. Die zwei Punkte abstrich tatsächlich halt einfach für die Geschichte. Die ist sehr träge gewesen. Die ist sehr langatmig gewesen. Sie war nicht spannend. Sie war gut erzählt so, aber sie war halt einfach nicht spannend. Sie fesselt nicht. Und für mich muss, wenn gerade in dem Kontrast so, die Bilder sind so gut. Und dann ist die, und dann fesselt mich das gar nicht so da dran. Also ich habe, ich schweife ab. Ich habe keine Lust, da hinzugucken, weil es mich teilweise langweilt. Das ist so ein krasser Kontrast. Der hat mir jetzt nicht gefallen. Und da muss ich dann die Abstriche machen. Ja. Wie fandst du ihn? Ja, genau. Da wäre ich jetzt drauf gekommen. Und zwar finde ich es ähnlich. Ich habe jetzt zweieinhalb Punkte gegeben. Ich könnte mich aber zu einem halben Punkt mehr gerne hinreißen lassen. Es ist so, die Kameraführung ist spitze. Man hat gerade in diesen Waldzehen, finde ich, sehr schöne Bilder reingebracht. Auch wenn der eine Missionar hier auf dem Boden liegt. Und man sieht es aus dem Blick von ihm. Und dann tropfen so die Regenperlen von diesen Blättern auf ihn. Das fand ich mega. Auch tonal fand ich ihn richtig gut. Also war gut abgemischt. Ich fand jetzt auch so diese Naturgeräusche und gleichzeitig aber auch von diesen Heiden mit dieser Sprache. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Weiß ich auch nicht. Fand ich alles tonal richtig gut. Also im Prinzip, wenn der Film mehr Spannung hat und ein bisschen mehr Storyline, wo einen fesselt, wäre das vielleicht ein richtig guter Film geworden. Weil Bild und Ton passen. Und von daher bin ich es auch meine zweieinhalb. Wie gesagt, ich würde mich auch auf die drei treiben lassen. Aber so würde ich den einschätzen. Ich will das ja auch gar nicht absprechen, sodass das geschichtlich ist. Das ist ja vielleicht sogar so passiert. So auch mag sein. Aber wenn man sagt, man möchte jetzt gerne einen unterhaltsamen Film gucken, dann ist es da tatsächlich doch eher langweilig. Und wenn es halt zu dokumentarisch dann vielleicht ist, ist das schwierig dann. Ja, ich würde auch sagen, für diejenigen, die gerne so dokumentarische Ritter-Mittelalter-Filme gucken, denen aber jetzt nicht großes Action-Kino an dem, was liegt, denen würde ich das empfehlen. Das ist mit Sicherheit geschichtlich und auch so über das christliche Christentum und heidnische Glauben mit Sicherheit sehr sehenswert. Ja, da sehe ich auch so. Gut. Ja, dann wären wir schon am Ende. So schnell geht er. Genau. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Marco, ich bedanke mich sehr bei dir für diese Besprechung. Gerne. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Und den Zuhörern genauso. Einen schönen guten Tag noch. Oder guten Abend, je nachdem, wie man es hört. Und wir hören uns. Genau. Im Sinne. Tschüss. Tschüss. So, herzlich willkommen zum Tele-Stamm-Tisch. Wir, das sind der Paul. Hallo. Und der Sven. Hallo. Wir sprechen heute den Dokumentationsfilm What You Gonna Do When The World Is On Fire aus dem Jahre 2018. Der Film ist eine Dokumentation von Roberto Minervini und hat eine Laufzeit von 123 Minuten. So, Paul. Dann erzähl uns mal, um was geht es denn? Für die Thematik des Films war deine Anmoderation ganz schön euphorisch. Ja, ich weiß. Bisschen muss man das auch näher bringen. Es geht um Polizeigewalt im Süden der USA und ja, eine schwarze Gemeinschaft, die sich damit versucht quasi auseinanderzusetzen. Das ist ja, wie du gesagt hast, eine Dokumentation, die eben jene Ereignisse, die ich gerade angesprochen habe aus dem Jahre 2017 dokumentiert und dann eben eindrückliche Einblicke in das Leben von Betroffenen gibt. Und dann zwischen geplanten Protesten, einer Black Panther Bewegung, zwischen Erinnerungen an die Opfer von Polizeigewalt und zum Beispiel auch dem Leben zweier Brüder, da springt die Dokumentation dann so hin und her und versucht so viele Facetten dieser afroamerikanischen Gesellschaft einzufangen wie möglich. Ja, das ist gut zusammengefasst. Ja, gut. Da es im Film keine Texttafeln gibt, keine Kommentare gibt und auch die 123 Minuten komplett in schwarz-weiß gehalten sind, hat sich der Stil angesprochen oder eher abgeschreckt? Mich hat der Film tatsächlich angesprochen. Ich war auch am Anfang, als ich den Trailer oder die kurze Vorschau mir dazu angeguckt habe, fest davon überzeugt, dass es ein Spielfilm ist. Weil ich mit Dokumentation normalerweise ja nicht so viel am Hut habe, aber hat sich dann herausgestellt, es ist doch eine Doku. Und deswegen, also diese Art und Weise, wie man diese Doku in Szene gesetzt hat, die hat mir doch schon sehr gefallen. Es gab dann so ein paar Momente, wo ich mir dann überlegt habe, okay, ist das jetzt, was man mir zeigt, diese filmische Ästhetik, die der Film dann teilweise entweder durch Bilder oder so an den Tag liegt, ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder ist das jetzt der Thematik angemessen? Da war ich mir dann selbst, da war ich dann selbst nicht so einig mit mir selbst, aber im Großen und Ganzen doch hat mir das gefallen. Ja, also mich hat es auch sehr angesprochen, vor allen Dingen, man sieht keine Gewalt. Man kriegt keine knüppelnden Polizisten oder irgendwelche anderen Leute zu sehen, keine Videoaufnahmen, gar nichts. Es ist alles nur erzählt und das, finde ich, hat das Ganze, also mich hat die Doku auch sehr, sehr angesprochen. Ich fand es ja auch sehr, sehr gut. Mich hat das Ganze noch mehr erschreckt dann. Was war für dich so eine der krassesten Szenen oder krassesten Erzählungen? Ich fand gerade, dass der, also wie du auch schon gesagt hast, dass er eben nicht jetzt unbedingt die Gewalt jetzt unbedingt zeigt, aber auch, dass er, es geht nicht die ganze Zeit in diesem Film quasi um Polizeigewalt oder um Rassismus, sondern der Film, der geht so weit und wirft einen richtigen Blick in das Leben von diesen Leuten, auch in die Lebens- und in die Denkweisen, in den Spirit, den eben diese Afroamerikaner an den Tag legen und dadurch baut sich so eine Nähe zu den, na, zu den Menschen auf, um die es da geht. Da, da fällt es mir schwer, so eine Szene rauszupicken, aber ich fand zum Beispiel, dass es werden verschiedene, in verschiedene Leben wird da reingeguckt, zum Beispiel in das Leben zweier Brüder und die dann von ihrer Mutter gesagt bekommen, hier seid aber zu Hause, bevor die Straßenlaternen, oder wenn die Straßenlaternen angehen, denn ihr wisst ja, was letzte Woche passiert ist. Ja, da wurden hier um die Ecke oder was weiß ich, ein paar Menschen erschossen. Und da, da gibt es einige solche Szenen, die dann immer so einen, so einen Schlag in die Magengrube quasi verpassen. Also das war auch eine der Szenen, wo ich auch vor dem Fernseher gesessen habe und habe gedacht, ähm, okay gut, dass es da gefährlich ist und so, keine Frage, aber ich finde auch, weil das ja eh so ein aktuelles Thema ist, dieses, wo viele schon gesagt haben, wir briefen unsere Kinder, bevor sie, also bevor sie in eine Polizeikontrolle kommen, was die genau tun sollen und was nicht. Das fand ich schon krass und das fand ich jetzt noch einmal übel und was ich auch ziemlich, also wo ich wirklich fassungslos vorne dran gesessen habe, war, wo sie den Fall Jeremy Jackson beleuchtet haben, den sie ja geköpft haben und seinen Kopf auf den Pfahl gespießt haben. Und das sind Sachen, da denkt man, ja, das kann in irgendeinem barbarischen Land passieren oder vor was weiß ich, wie 100 Jahren. Genau, ja, richtig. Oder in so einer Fantasy-Welt, wo es einen Totschlag gibt, wo es einen bösen König gibt, der da seine Schergen losschickt, aber ja. Nein, es ist Amerika, ja. Es ist einfach wirklich hier der Süden, wo einfach, ja, das ist gesetzlos, weil es schert sich ja auch keiner drum. Also die Polizei kümmert sich da nicht oder will sich nicht kümmern. Und ja, die haben, also ich finde so, teilweise sieht man einfach, dass die Leute auch, sie kämpfen, aber sie wissen, dass sie gegen Windmühlen kämpfen. Ich meine, Gott sei Dank machen sie es trotzdem weiterhin, aber ich finde auch teilweise diese, was ich auch sehr erschrecken, dieses, ja, das ist halt bei uns normal. Auch gerade wie die Mutter das den Kindern erzählt. Ja, genau. Oder auch, wie ihr müsst euch vor dem Essen die Hände waschen, erzählt sie. Genau. Ja. Und das sind Sachen, da habe ich wirklich gedacht, okay, gut. Ich habe da auch nochmal nachgelesen und da ist ja nicht nur das passiert, sondern da gab es ja noch mehr in der Umgebung dort. Aber das ist was, wo ich sage, ja, gut, ich kann die Wut, die sich jetzt oder die sich da auch in den Krawallen jetzt, nehmen wir mal das aktuelle Beispiel, entladen hat, durchaus verstehen. Es zeigt halt auch, dass es eben, also von den Fällen hatte ich zumindest, von den meisten, noch nichts groß gehört. Also es ist halt was, was es natürlich, weiß man, dass es diese Gewalt dort drüben gibt, aber das so vor Augen geführt zu bekommen, dass es eben nicht nur jetzt wie dieses Jahr ein George Floyd oder so trifft. Und das ist wirklich, also da werden ja einige Namen auch genannt. Ja, ich habe mir noch von diesem Elton Sterling, den sie ja auch da drin beleuchten und auch dafür demonstrieren und sagen, hier Gerechtigkeit mal durchgelesen. Das ist halt auch so eine Sache, da weiß man nicht, was da wirklich passiert ist. Der gute Mann, also die Polizei wurde wohl von einem CD-Geschäft angerufen, also Verkaufsgeschäft angerufen, würden sagen, da läuft einer rum, der da irgendwie rumpöbelt und der hätte wohl auch eine Knarre. Und sie haben diesen guten Herren am Parkplatz gestoppt und haben ihn auf den Boden irgendwie gebracht und haben dann gesehen, dass er eine Knarre hat und dann hätte er wohl auch mehrere Schusswunden aus nächster Nähe abbekommen. Die Bodycams der Polizei ist leider unbrauchbar gewesen und alle anderen Aufnahmen außenrum auch, was halt auch wieder so ziemlich viele Fragen aufwirft, finde ich. Traurig, dass sowas heutzutage noch passiert. Und ich meine, es passiert ja überall, man sieht es ja. Ja. Gut, gibt es irgendwas, was du an der Dokumentation nicht so gut fandest? Oder war alles okay? Ach, ich fand's, ich habe jetzt keine direkten Vergleiche, weil ich, wie gesagt, nicht so viele Dokumentationen oder so angucke, aber mich hat sie zumindest auf dem Level abgeholt, auch auf dem Level jetzt nicht unbedingt von einer Dokumentation, sondern durchaus auch von einem Spielfilm oder so, weil es eben keine trockene Doku war, wo Fakten oder so geliefert werden, sondern weil es schon, man bezieht klar Stellung, man nimmt auch eben diesen Spirit der Leute auf, deren Standpunkte und man wird auch emotional und das beabsichtigt dieser Film ja auch, gerade wenn er diesen Debatten folgt, die da in dieser Bar führen oder so. Und wie gesagt, der hat wunderschöne Bilder, finde ich. Ich finde auch, dass Schwarz-Weiß quasi, das funktioniert jetzt nicht nur als plumpe Metapher, wenn man das so will, sondern ich finde es auch als Gestaltungsmittel echt passend und da gibt es eine Szene, da fahren sie nachts mit leuchtenden Fahrrädern durch diese Kleinstellung und das sieht echt gut aus. Da war ich mir halt dann nicht so sicher, ob es da vielleicht sogar ein bisschen zu gut aussah, wenn ich das jetzt mal so komisch formulieren kann für diese Thematik. Aber ansonsten viel zu kritisieren habe ich jetzt nicht. Nee, also mir ging es auch, mir ging es genauso. Was mich nur interessiert hat, ich habe da versucht ein bisschen nachzulesen, habe aber leider keine Informationen gekriegt, weil dieser Roberto Medervini ja ein weißer Regisseur ist und es hat mich dann schon gewundert, dass er so nah und auch so tief in diese Community mit reinkam. Also die reden ja wirklich ohne vorgehaltene Hand, sondern da wird richtig vom Leder gelassen, während da ein weißer Regisseur steht. Also das fand ich schon sehr beachtlich, aber leider, ich habe jetzt auch nicht nirgendwo lesen können, wie lange er gebraucht hat für die Dokumentation, weil das wäre was, was mich noch interessiert hätte. Ja, das stimmt, aber obwohl es ist ja quasi diese Ereignisse, die fanden ja 2017 statt und der Film kam ja dann 2018, also so ungefähr. Ja, nee, aber es ist wirklich gut gemacht, also absolut. Ich finde es gut, ja. Was nehmen wir als Kritik, als Dokumentation? Wir nehmen Fäuste, Fäuste als Black Power Fäuste. Im Großen und Ganzen hat er mich gut unterhalten, wenn man Unterhaltung jetzt als einen Maßstab für eine Dokumentation anbringen kann. Ich fand ihn stellenweise ein kleines bisschen zu lang, aber sowohl vom Aussehen her, also von der Optik her, als auch von den Emotionen, die die Charaktere, jetzt sage ich Charaktere, das sind ja, die sind ja echt, also es sind von den Menschen, die man dafür übermittelt bekommt und hat mir sehr gut gefallen. Und das ist mir halt tausendmal lieber als eine trockene Doku mit Zahlen und Daten, wo eben solche Ereignisse auf allein Statistiken oder auf, ja, Wörter heruntergebrochen werden. Da ist es mir lieber, wenn man sieht so ein paar Menschen, die, man muss nicht mit jedem Wort, was sie sagen, übereinstimmen oder nicht mit jeder Denkweise, aber man spürt so, dass die leben, dass das Menschen sind, dass die ihre eigenen Gedanken und so weiter haben. Und da muss ich sagen, ja, ich bin bei dreieinhalb von fünf Fäusten. Okay. Ja, auch mit der Laufzeit, das stimmt. So zwischendrin zieht sich's, also was heißt, naja, zieht sich's, aber zwischendrin ist wirklich was, da ja auch teilweise sehr ruhig ist, wo ich denke, ah, da hättet ihr ein bisschen straffen können, einfach um auch ein klein bisschen, ja, das hört sich jetzt auch blöd an, aber Tempo mit reinzubringen. Ja, ja. Ich bin bei vier von fünf Fäusten. Gut. Sonst gibt's noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Na, eigentlich ansonsten bin ich durch, genau. Also es ist wirklich empfehlenswert, um, ja, doch nochmal so ein bisschen Einblick zu erhalten. Und es ist jetzt auch vielleicht für jemanden, was jetzt nicht unbedingt Dokumentation oder so jetzt grundsätzlich verfolgt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Paul. Tschüss. Tschüss. Applaus